Was geht, Leute? Mein Name ist Danny B-B-B-B-B-B-Wirnich Willkommen back zu einem neuen Video So, vielen Dank Ähm, ja Oh, wow Reaktionszeiten, baby, what the fuck is going on today? I don't even know Ähm, nein! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ich wusste es. C4 hat gefehlt Was denn auch sonst, Alter? C4 hat sowas von gefehlt Ähm, ja Ich hab nicht nur ein Sponsoring-Video gemacht Also ich hab mir nicht einfach mal 1.000 Euro Laptops sponsern lassen Und, äh, habe dann einfach, äh Ich brauch den Laptop gar nicht, das müsst ihr wissen, ich brauch den gar nicht Also ich hab ihn wirklich nur für den Kanal geholt Jetzt hier den Laptop Also mir sponsern lassen von Alienware Und, äh, ja, ich nehm das gerade auf mit Dem, äh, Laptop von Alienware Und, äh, das klappt alles ziemlich gut Also wenn ihr das Video seht Hab ich mit dem Laptop gemacht alles Und jetzt kann ich auf jeden Fall mehr Videos machen Das Ganze ist halt wegen dem Rändern so, weil Ich rändere quasi ein Video auf dem anderen Kanal Oh mein Gott Das war knapp Ich hasse es, wenn ich einfach nicht treffe So, wo sind sie? Oh mein Gott, da hinten Ich schäte dich Das ist so unnötig, was du da tust, mein Freund Oh, nee, du bist nicht mein Freund Mein Freund ist nicht so gay wie du Nächste, Schwule Oh, das war knapp Oh mein Gott Kommt hier jemand lang oder nicht? Wo ist er? Da hinten ist jemand Und da hinten Der kommt hier lang Wie Munition hab ich noch? 27, okay Kann ich ihn bekommen? Ha! Nein, das ist Oh mein Gott Oh, ich hab mich fast von der eigenen SME getötet Alter, what the fuck is going on? Hat er eine Waffe? Ja, nice, 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 nice Ich warte kurz Mir gefällt es zu warten Feindliche Kontradrohne ist aktiv Was geschehen? Ja, ja Feindliche Drohne nähert sich Der kommt von dir, glaube ich Weiß es gerade nicht ganz Oh nein Oh Gott Weißt du was? Wieso geh ich nicht einfach hier rein? Ich versuche einfach ein bisschen zu hören Ah! Ich hasse dich, du motherfucker Ich hasse ihn ziemlich gerade Alter, ich will nicht campen Aber ich will das einholen Und das so schnell wie möglich Er führt nämlich gerade, wie ihr sehen könnt Und ich hab nur 5 Minuten Zeit Obwohl, das geht eigentlich voll Hallo, will jemand hier auch mal lang kommen? Von rechts Ja, das Auto ist echt ein größter Feind, ne? Das Auto tut dir viel Was für ein Arschloch By the way, I need Ich wollte dir das was erwähnen Ihr kennt ja Baru bei Minecraft, oder? Kennt ihr alle, oder? So, jetzt ist ich camper Aber ich muss Von wo? Halt er nicht, oder? Jetzt hör auf zu reden Hör auf zu reden Ein Kill noch oder so Ich lade jetzt los Ich lade jetzt los Ich lade jetzt los Äh, und zwar gibt's so was jetzt in Call of Duty Das ist demnächst, deswegen werde ich auf die PS3 wechseln Nice, endlich Jetzt kann ich warten kurz, damit ich, äh, mein Ach du Scheiße Wir haben ein Problem, Leute Okay, jetzt warte ich aber wirklich Hä, bin ich nicht kurz vom Orbi? Hä? Hä, bin ich nicht vom Orbi? Kannst du einen Kill machen kurz, bitte? Bitte Alter, der macht keine Kills Hä, wo bin ich denn hier? Wieso macht der keine Kills? Ja, jetzt geht's Hä? Habt ihr's gesehen? Hab ich nicht ganz verstanden gerade So, Zeit zum Einholen Jetzt können wir loslegen Sorry, dass ich jetzt gerade so campe, aber Ich, äh, muss sagen Es ist jetzt mein erstes Spiel Ich hab schon ein paar Spiele davor gespielt, aber Eigentlich ist das erste, kann man schon sagen Ist auf jeden Fall die erste Aufnahme nach langer Zeit Der ist, glaube ich, jetzt gerade, keine Ahnung, wo er ist Ich glaube, er ist im Urlaub oder sowas Er hat vergessen, aus dem COD-Spiel rauszugehen Hi, mein Freund Du nimmst Drogen, vielen Dank Wir haben mehr Drogen Du bist dasselbe, den hab ich gerade gekillt Auf jeden Fall findet sowas wie in Baru, jetzt auch in Call of Duty statt Was ziemlich, ziemlich krank ist, muss ich sagen Ich hab auch schon meine Teampartner Mit X-D-Solution und Puzzle und Giorgio Und, äh, ja Wir werden auf jeden Fall die anderen alle zerstören Kann ich jetzt schon mal sagen Und dafür muss ich mich natürlich auch aufwärmen, sag ich mal Wird natürlich auch sehr, sehr spannend Und sehr, sehr krass Hab dich Ja Der Typ hat mich angesprochen Ja, ich bin am Gewinn Hast du schon gedacht, ne? Ja, ja Ja Ich gewinne mein Freund Du verlierst Ich gewinne Ich glaube, das musst du wahrscheinlich Wir müssen mal auf den Namen schauen Damit wir wissen, ob ich ihn die erste der Morde Ja, wahrscheinlich Der ist so bezweifelt Ist nicht so schlimm Wenn man nicht snipen kann Und trotzdem snipen Sollte man das nicht tun Ist keine gute Idee Ja, ich komme Wo bist du in deinem Leben? Hi Kein einzigen Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wo soll ich lang? Von rechts Rechts Nein Oh nein Ich hab so lange gekämpft Und das schwirr umsonst Irgendwie ist der Sieg jetzt schon, ne? Sicher, oder? Sorry, ich war gerade so behindert Ohne Scheiße Ich hab einfach draufgeballert Ohne nachzudenken Ah, ist das dein Ernst? Ich hab gesagt, gespawnt Was macht ihr jetzt mit mir? Alter, ich hab euch nicht zerstört Und jetzt tut ihr so, als würdet ihr noch einholen können Hallo, mir fehlt noch ein Kill Ist euch schon klar, oder? Keine Ahnung, was die sich dabei denken Ich mach die beste Killcam ever Beste Killcam Schade, ha 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 Das wär's gewesen Scheiße Oh ja Mr. Cole Keine Ahnung, okay Das war's Ja, das war das erste Video Das hab ich mir gesagt Seit langem Und, ähm, ja Ey, ich hab nur vier Tote Wow Mehr Informationen zu diesem Turnier gibt's demnächst Und, ja Vielen Dank für's Zuschauen Und wenn euch gefallen hat, dann zeigt wie Peres Ihr seid so, like dieses Video Schau auf mein Kanal vorbei Mehr Videos, die ich hier nicht bloß hier habe Und abonniere jetzt Wenn man so ein Beispiel Ich werd dich Im nächsten Video wiedersehen Dann sag ich jemanden noch 3, 2, 1 Schau